Hallo YouTube und willkommen zum neuen VTL-Video. Machen wir es quick and dirty, weil warum auch immer gerade die Akkuanzeige von der Kamera angefangen hat zu blinken, wird ja sowieso kein langes Video. Also letzte Woche, ich meine mich zu erinnern, 95.3 nach 95.6, was ja schon echt, echt, echt solide war. Jetzt gleiches kurzes Hosenoutfit, diesmal gibt es keinen Gnadenabzugs, was auch immer, keine Reserve. Ich bin aber sehr sicher, dass das jetzt hingehauen hat, denn ich habe mich diese Woche... ... Musik ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020